Hallo Leute! So, ich habe wieder ein bisschen was eingekauft. Hier haben wir links Ken und auf der rechten Seite Rio von Street Fighter natürlich. Hier, Street Fighter Assassin's Fist. Die DVD ist das. Limitiert auf 333 Exemplare. Ab 16 Jahren freigegeben. Ja, bei Mediamarkt geholt für 26,99. Ja, ich habe den Film schon mal gesehen, aber nur halb. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen bis dahin. Also habe ich mir den jetzt mal geholt. Ist das Film oder ist das eine Serie? Ist das eine Serie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging das richtig lange. Vielleicht ist das ja auch eine Serie. Aber was ich gesehen habe, war richtig gut. Ich habe das irgendwie an einem Stück gesehen. So Leute, wenn er sich das durchlesen möchte hier, der macht das Video einmal kurz auf Pause. Hier haben wir Rio und Ken in Action. Hier haben wir Akuma. Hier, jetzt glaube ich, ist Goken, der Trainer von Rio, Ken und Akuma. Und hier, Sprachen, Deutsch, Englisch, Tonformat, Dolby Digital. Laufzeit, 146 Minuten. Ja, Action in Action. Ja, das ist ein Film, glaube ich. Film, Serie auf zwei DVDs, glaube ich. Eine. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe den Film, ich habe das mal online gesehen vor ein paar Jahren und nur bis zur Hälfte leider. Ja, Leute. Kennt ihr den Film? Habt ihr den ganz gesehen? Sagt mal, ist das was Gutes? Also auf Gutes ist es auf jeden Fall. Aber der komplette Film? Ja, lasst es mich wissen, ob ihr den komplett gesehen habt oder ob ihr den auch habt. Ja, Street Fighter, Assassin's Fist. So, dann habe ich mir geholt die drei Fragezeichen und der Meister des Todes. Folge 155 für 97, auch beim Mediamarkt. Ja, ist so. Habe ich auch nur bis zur Hälfte gehört, dieses Hörspiel hier. Bis zur Hälfte und war sehr, sehr gut. Also ich freue mich jetzt, das Hörspiel einmal bis zum Ende komplett zu hören. So, das Video einmal auf Pause machen, weil ich es jetzt hier durchlesen möchte. Drei Fragezeichen und der Meister des Todes. Hier die Kapitel. Ja, schauen wir mal. So, Leute. Vielen Dank für das Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, das sind meine neuesten Neuzugänge hier. Die DVD und das Hörspiel hier auf CD von den drei Fragezeichen. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Ja, ich bin zu neuesten Neuzugänge. Vielen Dank.